Glaubst du das war's mit den Jungs in den Gasmasken? Nein, höchstwahrscheinlich nicht. Und wenn sie wieder fit sind, werden sie uns folgen. Kann sein, aber mit ihren Rüstungen waren sie schon ein bisschen lahmarschig. Und mit ihren verbeulten Helmen werden die jeden zweiten Baum umrennen. Wisst ihr eigentlich, wie wenig man mit einer Gasmaske sieht?